Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Daisy Duck zeichnen könnt. Dafür beginnt ihr mit einem Auge. Hier kommt schräg das Augenlid rüber. Und drei schöne lange Wimpern zur Seite. Die Pupille. Und jetzt setzt man hier an die Augenseite den Schnabelansatz. Jetzt kommt jetzt das zweite Auge. Dafür brauchen wir eine Hilfslinie. Und zwar führen wir dafür hier den Schnabel weiter. Und zwar. Und zwar. Hier kommen so zwei kleine Hubbel für die Nasenlöcher hin. So, jetzt kommt das zweite Auge hier rein. Über die Augen. Das Ganze wird mit ein paar Haaren verbunden. Und jetzt kommt hier oben drauf eine Schleife. Und jetzt kommt hier oben drauf. Hier geht dann der Hinterkopf weiter. Und dann ist hier noch der Hals. und zwar macht die Augenlid Angst. Und dann sehen wir uns. Okay. Dich Daher bis heute Nacht fast. Und jetzt ist das wieder in der Hals.